Wenn ich manchmal durch die Einkaufsstraße gehe, durch die Bielefeller City, fällt mir auf, wie viele Leute unterwegs sind und wie sie auf mich wirken. Viele sind sehr im Stress oder scheinen im Stress zu sein. Sie eilen durch die Gassen und eilen in die Läden. Viele von ihnen gucken gleichzeitig auf das Handy und sind sehr beschäftigt und bekommen überhaupt nicht mit, wenn sie angelächelt werden oder fast, wenn sie von irgendjemandem auszusehen angerempelt werden. Die Menschen sind in Eile und in Stress. Natürlich sind wir aktive und schöpferische Wesen. Aber es muss ja nicht immer stressig ablaufen, weil Stress, wie wir alle wissen, auch Krankheiten verursachen kann und im Grunde schon selbst die erste Krankheit ist. Also wie können wir aktiv sein, ohne Stress dabei zu haben? Geht das? Hallo, Ihre Bauken. Wenn wir uns einen alten Film anschauen, kann es sein, dass er in irgendeiner Großstadt spielt und dann sehen wir Hunderte oder gar Tausende von Menschen, die über die Bürgersteige hetzen, so wie ich es vorhin im Intro beschrieben habe. Doch eins unterscheidet diese Menschen von uns, wenn wir über den Bürgersteig hassten. Sie sind tot. Also haben möglicherweise viele dieser vielleicht versehentlich aufgenommenen Menschen, vielleicht war es ja auch eine Doku, einen Großteil ihres Lebens in Hektik und mit Stress verbracht. Ist das auch deine Wahl? Ich hoffe nicht. Wie können wir aktiv sein, ohne uns ständig gestresst zu fühlen? Das ist ganz einfach. Wenn wir wissen, was Stress wirklich bedeutet, kann man ihn auch abstellen oder es mit einer anderen Haltung besehen. Das, was wir gerade machen müssen, unsere täglichen Aufgaben, die natürlich auch herausfordernd sein können. Natürlich. Stress bedeutet, nicht hier sein zu wollen, sondern schon woanders sein zu wollen. Lass dir das bitte nochmal auf der Zunge zergehen. Stress bedeutet nicht im Hier und Jetzt sein zu wollen, sondern schon woanders sein zu wollen, in der Zukunft. Und es ist egal, was du gerade tust. Selbst wenn du mit einer Sache sehr beschäftigt bist, die es sehr herausfordert, ist es äußerst hilfreich, wenn du da mit deiner gesamten Achtsamkeit in der Gegenwart bleibst. Denn du kannst ja jede Aufgabe, egal wie anstrengend sie ist, nur in der Gegenwart erledigen und nicht in der Zukunft. Aber wenn du irgendwas tust, vielleicht halbherzig oder nur mit deiner halben Aufmerksamkeit, und irgendwas in dir denkt, ich will aber schon dort sein, vielleicht will ich schon an meinem Karriereende sein oder meinen nächsten Karrieresprung geschafft haben, ich will diese profane Arbeit hier nicht machen, ich will schon die nächstbessere Arbeit machen, dann empfindest du Stress. Das ist ein ganz einfaches psychologisches Phänomen. In deinem Geist tut sich eine Kluft auf, also eine Kluft von dem, was gerade tatsächlich passiert, von dem, was du gerade tatsächlich wirklich tust, zu einem gedanklichen inneren Bild, was dir etwas völlig anderes vorgaukelt. Also da wird dir eine Zukunft verkauft, wo alles vielleicht ruhiger, rosiger oder reicher aussieht, und da möchtest du schon hin. Dein Geist möchte nicht hier sein, dein Geist weilt in der sogenannten Zukunft, die es nicht gibt. Denn was uns bei dieser zeitgleichen geistigen und körperlichen Aktivität meist entgeht, ist die Tatsache, dass es gar keine Zukunft gibt, dass jegliche Gedanken und Bilder, die auf eine Zukunft hinweisen, nur jetzt auftauchen. Und das ist eine Art Lügenspiel, ein Spiel, das das Sein selbst erschaffen hat, um sich ein wenig in die Irre zu führen, zu spielen und dann letzten Endes aus diesen irreführenden Gedankenvorstellungen zu erwachen. Natürlich gibt es auch Gedankenmuster, die auf eine Vergangenheit hindeuten, also mit Groll behaftet sind vielleicht und mit einer nachtragenden Haltung, wo man dann sagt, warum ist mir das gerade passiert, warum ist das überhaupt geschehen, warum hat die oder der mir das angetan. Das sind auch Gedankenmuster, die im Jetzt auftauchen und auf eine Vergangenheit hinweisen und dann zu Emotionen führen, wie Groll und Kummer und Ärger. Und so ähnlich funktioniert das mit dem Stress, bloß es ist in die Zukunft gerichtet. Also, du kannst aktiv sein und laufen und machen und handeln und irgendwas zusammenbauen und irgendwas stemmen und tun und lassen, was du willst, in einer großen Geschwindigkeit oder noch versuchen, den Bus zu erwischen, der in 200 Meter Entfernung gerade losstarten will und du spurtest dahin, aber nicht mit der geistigen Vorstellung, die sich von der Gegenwart unterscheidet. Wenn du also denkst, ich renne jetzt zum Bus, dann renne einfach jetzt zum Bus. Oder umgekehrt, wenn du zum Bus rennst, dann denke nicht, ich muss gleich da drin sitzen, weil ich gleich ein Meeting mit dem Chef habe, sondern ich renne jetzt zum Bus. Dann bist du im völligen Einklang mit der Gegenwart. Es passiert sowieso so, wie es passiert und du kannst es nicht ändern. Du wirst kein Deutsch schneller laufen können, wenn dein Gedankenmuster, dein Inneres, etwas anderes dir vorgaukelt, als das, was gerade geschieht. Ich wage zu behaupten, dass du sogar schneller laufen könntest, wenn dein Geist dich bei deiner jetzigen aktiven Tätigkeit unterstützt. So handhaben es auch beispielsweise Hochleistungssportler, Sportlerinnen, die laufen müssen oder irgendeine große Leistung erbringen wollen, die sind mit dem Geist im Hier und Jetzt. Die sind nicht schon dabei, wenn sie dann die Arme hochreißen und gewonnen haben. Sie sind geistig genau bei dem, was sie gerade machen. Und sie haben in dem Moment keinen Stress. Sie sind aber hochaktiv. Ein Riesenunterschied. Also erkenne, dass Stress einfach nur eine falsche Geisteshaltung ist. Und wenn du es schaffst, dein Geist mit der aktuellen Situation völlig in Übereinstimmung zu bringen, in Einklang, bist du einfach nur ein aktives, schöpferisches Wesen und verspürst keinerlei Stress. Und was dann passiert, passiert. Du kannst es sowieso nicht beeinflussen. Das, was geschieht, geschieht. Und das kommt einfach auf dich zu. Ist das nicht herrlich? Das ist das nicht herrlich. Vielen Dank.